Also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit was es da gibt zum Christentum, sowohl an Aktivitäten, konkreten Aktionen, als auch an Texten, an Analysen, an Beschäftigungen, das ist halt Blitzen. Das, was man jetzt unter dem Begriff Islamismus fasst, auch sehr stark dadurch entstanden, gewachsen ist, teilweise unterstützt wurde in der Kollision, in der Auseinandersetzung mit dem westlichen Imperialismus. Die zehn Hampelmänner dann einfach mit USA und Israel fahren, dann davor stehen und dann noch eine Banner irgendwie gegen Volk und Oma, dann zeigt das natürlich, dass das so nicht funktionieren kann und das ist halt so schade. Um da überhaupt eine Position entwickeln zu können, brauchen wir ja für uns erstmal eine Grundannahme. Was bedeutet für uns heute anarchistischer Atheismus? Was bedeutet für uns heute materialistische Religionskritik? Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Einst sprachen wir über die Islamdebatte darüber, wie diese in der deutschen, manchmal auch generell den westlichen Gesellschaften geführt und gehandhabt wird. Wir wussten schon währenddessen, dass der Schrecken nicht bei dieser Folge aufhört. Denn wie alle schönen Zumutungen dieser kapitalistischen Hölle, findet diese Debatte nicht ihr Ende. Nicht bei den Charaktermasken in den Parlamenten, nicht bei mittelklassigen Moderatoren und die Echos finden ihren Weg zwangsläufig in noch düstere Gefilde, in das Fegefeuer der linken Zähne. Alle Polemik beiseite wird natürlich viel und zu Recht viel über die Rezeption und eigene inhaltliche Positionierung der Linken zu den gesellschaftlichen Fragen bezüglich des Islams geschimpft. Sicherlich auch mehr, als am Ende des Tages über das Thema dann selber besprochen wird. Aber wie viel sollte denn wirklich geschimpft werden? Gibt es noch eine revolutionäre Position zwischen negativer Solidarität mit der Alternative für Deutschland von Seiten antideutscher Restunvernunft und identitätsbegeisterter Linker, die liebäugelnd im Islam endlich ein mächtiges Volkskollektiv gegen den ganzen rassistischen Muff des konservativen Deutschlands gefunden haben? Wie könnte so eine revolutionäre Position aussehen? Das haben wir schon in der ersten Folge angeschnitten. In der heutigen über die Islamdebatte in der Linken schauen wir also auf die Fallstricke in der radikalen Linken, um zu verstehen, was hier von so vielen kritisiert wird und falsch läuft. Um schlussendlich sagen zu können, was wir nun von diesem kontroversen Thema so denken. Ja, der zweite und erstmal auch letzte Teil zur Islamdebatte heute. Es wird auf jeden Fall ein Fest, ein bisschen aufräumen zu können, ein bisschen wieder wie bei der ersten Folge auch, was rauslassen zu können, was man vielleicht schon lange Zeit in sich getragen hat und bisher wenig Rahmen hatte, um es zu äußern. Ich nehme euch erstmal mit, wie immer, worüber wir überhaupt heute sprechen. Zuerst werden wir ein bisschen persönlich darüber sprechen, wie haben wir die Debatte selbst wahrgenommen, bevor wir dann zu dem Kernthema die Position innerhalb der Linken voranschreiten werden. Diese haben wir in drei Bereiche eingeteilt. Erstens, das beschämte Schweigen. Zweitens, der antikoloniale Blick. Drittens, die antideutsche Unvernunft. Und zum Schluss, wie schon in der Einleitung von Joshua angekündigt, werden wir dann nochmal über den anarchistischen Weg zu dieser Thematik sprechen. Ja, ohne viel Umschweife starten wir direkt hinein. Was sind erstmal unsere allgemeinen Gefühle zu dieser Debatte? Wie haben wir das immer so wahrgenommen über die ganzen Jahre? Schwierig. Das ist, glaube ich, ein Wort, was gerne dafür verwendet wird von allen Leuten, die das so mitverfolgt haben oder selber mitdiskutiert haben. Um da, glaube ich, etwas konkreter drüber zu sprechen. Ich habe das Gefühl, es gab einfach einen ziemlichen Wandel über die Jahre. Davon ausgehend, wie ich das so dann in den 2010er Jahren, Mitte 2010er Jahren dann wahrgenommen habe, als ich so in die radikale Linke, in die anarchistische Bewegung eingestiegen bin, da war das ehrlich gesagt einfach nicht so ein großes Thema. Abgesehen davon, dass es dann eben im Kontext von antimuslimischem Rassismus dann angefangen wurde, sehr stark zu thematisieren. Und ich nehme einfach so einen gewissen Wandel jetzt über die Zeit da, dass es da auch zu so einer Entspannung um dieses ganze Thema kommt, weil halt so viele andere große gesellschaftliche Themen, Corona und schließlich dann der Krieg in der Ukraine, die ganzen Preissteigerungssachen, dem jetzt so ein bisschen das Feuer rausgenommen haben. Das liegt sicherlich auch daran, dass Rechte sich einfach viel weniger damit beschäftigen, weil sie jetzt andere Steckenpferde so in ihren Themen haben. Also da ist sicherlich was dran, aber das verändert, finde ich, überhaupt nicht, dass es sehr wenig Positionierung, sehr wenig Diskurs und Gespräch über das Thema gibt. Oder wenn, dass es dann oftmals sehr merkwürdig ist. Für mich ist das Thema eigentlich so vom Gefühl her erstmal etwas, es gibt, finde ich, so eine Reihe von, es ist jetzt kein komplettes Tabuthema oder so, also natürlich kann man darüber sprechen, aber es ist so ein Thema, wo man auf jeden Fall so ein Gefühl hat, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich darüber rede. Ich denke, es gibt ein paar Themen, wo das so ist. Ganz viele Sachen, da redet man alltäglich darüber, über Organisierung, über Antifaschismus, über Rassismus und da sind auch, das sind auch eigentlich so ganz etablierte Sachen, wo man einfach ganz normal darüber spricht und das jetzt nicht großartig sich darüber Gedanken macht, so auch wie man Sachen formuliert und so weiter. Aber es gibt halt einfach so ein paar Reizthemen, finde ich, innerhalb der Linken, wo das schon real ist, dass man da alle so ein bisschen im Raum so ein bisschen genauer hinhören. Okay, wie wird das jetzt formuliert? Was wird da jetzt gesagt? Und so weiter. Und das hatte ich doch bei dem Thema auch immer das Gefühl. Manchmal ist das natürlich auch eine eigene Unsicherheit dabei. Aber ich finde schon, dass das so der Fall ist. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch innerhalb des linken Diskurses ein bisschen was dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das schon in der ersten Folge angeschnitten hatten, aber es gab ja mal so eine Thesensammlung. Ich glaube, das hatten wir schon angeschnitten, damals in der anarchistischen Gruppe Dortmund noch. Thesen zum Islam, die dann auch teilweise, ja, wie so Thesen halt üblich sind eigentlich, tatsächlich auch kontrovers sind, um eben auch eine Diskussion anzustoßen. Das war dann ganz witzig, weil halt zu dem Zeitpunkt auch so wenig dazu passiert ist, war das so eine der wenigen Sachen. Und dann wurde das teilweise auch angefragt, noch irgendwo, dass man das noch irgendwo diskutiert in anderen Städten oder so. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Aber es stand halt natürlich auch mit so einer teilantideutschen Tendenz und Entwicklung innerhalb der anarchistischen Szene von einem sogenannten Joshua und seinen Kameraden damals. Deswegen war es auch so ein teilproduktiver Diskurs. Das war auf jeden Fall das Produktivste, was wir, glaube ich, gemacht haben aus diesem Klingel heraus. Ja. Aber sonst, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, sonst kann ich da nicht so viel draus ziehen, dass wir jetzt halt da große Aktivitäten zu entsponnen haben oder große Diskurse darüber geführt haben. Und vor allen Dingen auch, und das ist ja das Wichtigste eigentlich, keine richtige Positionsfindung als revolutionäre Linke. So, das habe ich nie so wahrgenommen. Also wenn, dann war es immer so ein ganz anfänglicher Austausch, so ein grobes Abklopfen von Positionen, von Gedanken, von Gefühlen zu dem Thema. Aber nie so ein, okay, wir setzen uns jetzt wirklich hin und entwickeln eine Strategie des Umgangs. Wir entwickeln eine Analyse vom Islam in Deutschland, von dem Diskurs, der über den Islam ist oder auch international wieder beschafft ist und so weiter. Also, und was das jetzt für unsere Viertel bedeutet, in denen wir leben. Also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit, was es da gibt zum Christentum, sowohl an Aktivitäten, konkreten Aktionen, als auch an Texten, Analysen, an Beschäftigung, das ist halt ein Witz, ne? Ja, ganz häufig hat sich das ja auch, wenn überhaupt es eine Beschäftigung gab, an einem bestimmten Thema aufgehangen. Wir haben dann an einem bestimmten Zeitpunkt eine stärkere Beschäftigung beispielsweise mit DITIB gehabt oder mit anderen noch türkisch-faschistischeren Organisationen im Zug von der ganzen Kurdistan-Solidarität, Rojava-Solidarität. Da gab es dann so eine gewisse Beschäftigung mit. Aber wie du schon gesagt hast, so ein allgemeiner Blick mal da drauf. Der Islam in Deutschland, was bedeutet das eigentlich konfessionell? Was sind da die Trennungen? Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen jetzt einer Furkan- oder einer Atib-Moscheegemeinde? Wie sieht es eigentlich aus mit sunnitisch-schiitisch? Was bedeutet das für die einzelnen Gemeinden und ihre Ausrichtung? Wie findet das Leben da statt? Was gibt es da für Widersprüche und Interessen, die auch von außen daran getragen werden? Das alles hat keine Behandlung gefunden. Und wenn, dann wie gesagt immer nur im Kontext eigentlich von Solidaritätsgeschichten, wenn ich jetzt nochmal genauer drüber nachdenke. Also eigentlich immer nur da und auch nicht, dass man selber aktiv geworden ist, sondern es ist immer, hier ist irgendwas passiert. Es gab Kämpfe jetzt von kurdischer Unabhängigkeit gegen eben türkischen Staat, gegen türkisch-nationalistische Organisationen hier vor Ort. Es gab Aufstände, Proteste im Iran. Und dann ist irgendwas dazu passiert. Und das ist natürlich auch ein bisschen das, was wir vielleicht jetzt auch wieder sehen, was die Folge auch wieder aktueller macht, nämlich eine stärkere Bezugnahme auf das ganze Thema im Zuge jetzt wieder von den gigantischen Protesten im Iran. Ja. Wo man dann auf einmal sich dazu verhalten muss, warte mal, okay, die Frauen benennen scheinbar ganz offen, dass auch die religiöse Ideologie vor Ort, der schiitische Islamismus im Iran, ganz zentral für ihre Unterdrückung ist. Und sie verbrennen ihre Kopftücher, was, sagen wir mal, vorher von der Bildsprache hier schwierig war. Ja, vollkommen. Und das bringt mich vielleicht auch nochmal zum Abschluss von dem Thema auch nochmal dazu. Die meisten Aspekte, die dann reingetragen wurden, auch so eine deutsche Radikerlinke, war dann eigentlich von kurdischen oder iranischen Genossinnen. Entweder wegen den Kämpfen vor Ort oder weil man auch allgemein einfach darüber diskutiert hat, weil dort natürlich eine ganz andere Form von Betroffenheit ist. Und da auch ganz, ganz klare Ansagen, auch zu den ganz prickelnden Themen, wie du ja gerade schon gesagt hast, dem Kopftuch dort angestoßen wurde. Und wo dann, das bringt uns jetzt vielleicht, führt uns jetzt vielleicht schon ein bisschen rüber in die verschiedenen Positionen der Linken und wie sich dazu verhalten wird, da natürlich bei unseren Genossinnen aus Kurdistan, Iran, immer eine ganz klare Position gegen das Kopftuch, als ein Ausdruck dieses religiösen Zwanges formuliert wurde und dann natürlich auch dieses betretende Schweigen in Reaktion darauf war, weil der Diskurs innerhalb der deutschen Linken da einfach ein deutlich anderer ist als in der kurdischen oder iranischen Linken. Und jetzt, wo es so einen breiten Aufstand gibt, der auch das Kopftuch als zentrales Symbol hat, woran sich im Prinzip ganz zentral dieser sehr stark feministische Aufstand auch manifestiert. Da habe ich dann doch den Eindruck, dass da auch einige Leute zurückgerudert sind und ich dann seit dem Iran-Aufstand eigentlich auch nichts mehr groß an Positiv-Definitionen jetzt zum Beispiel innerhalb der Kopftuch der Bacheln mehr gehört habe. Also da ist natürlich dann auch die Linke sehr stark abhängig davon, also auch die deutsche Linke jetzt speziell sehr stark abhängig davon, wie sich dann auch die Kämpfe und die Verlautbarung dann aus den iranischen oder kurdischen Communities verhält. Und ja, das bringt uns jetzt einfach schon rüber zu unserem zentralen Thema, die Positionen der Linken. Und wie schon von mir angeschnitten, gerade wir beginnen mit das beschämte Schweigen. Ich würde sagen, damit haben wir auch eigentlich schon eine der verbreitetsten Positionen in der deutschen radikalen Linken vor uns liegen. Das beschämte Schweigen kennzeichnet sich ja genau dadurch, dass man hier so ein kontroverses Thema vor sich hat und dass man dann als Verhalten dazu wählt, dass man sich nicht dazu verhält. Das finden wir auch bei anderen kontroversen Themen hier für die deutsche Öffentlichkeit, nämlich das Thema Nahostkonflikt, hat ja riesige Spaltungslinien nach sich gezogen, ist aber auch ein unfassbar wichtiger Konflikt für den deutschen Staat. Irgendwann wurde dann von manchen Linken sich dann eben dazu überlegt, dann fallen wir uns nicht dazu. Oder Prostitution und auch andere Themen, da wurde dann einfach irgendwann gewählt, dann nehmen wir mal lieber eine Nicht-Position zu ein, wobei sowas natürlich eine Unmöglichkeit darstellt. Denn wenn man einfach sagt, ja, da sagen wir jetzt nichts Genaues zu, dann überlässt man halt einfach den anderen Leuten, die sehr laut etwas dazu sagen, dazu eben das Feld. Wie man bei diesen ganzen anderen Themen merkt, man kann sich halt nicht dazu verhalten. Weil man muss halt sagen, so gern es auch manche Leute in der radikalen Linken denken, sie sind nun mal kein wichtiger Teil für den politischen Fortgang in der Bundesrepublik. Und in der Bundesrepublik läuft das Leben weiter, in den ganzen Communities läuft das Leben weiter, in den ganzen Parteien und Organisationen läuft das Leben weiter. Egal, ob jetzt Malte aus der lokalen Antifa-Gruppe sagt, puh, schwieriges Thema, weiß ich nicht, ob wir jetzt als Gruppe uns dazu positionieren wollen oder nicht. Und dementsprechend muss man halt sagen, wir als radikale Linke und vor allem wir als anarchistische Bewegung, wir müssen uns zu diesen Sachen verhalten, um nicht bedeutungslos in diesen Fragen zu sein. Anders geht es nun mal nicht. Ja, ich finde, an dieser Position kann man auch sehr gut einer der Grundprobleme des Diskurses innerhalb der Linken sehen. Es ist ja sehr stark weggekommen von diesem, ja, wir haben halt einen ehrlichen, kontroversen Austausch, ohne uns danach jetzt unbedingt zu hassen oder so. Und es ist halt eine sehr starke Angst, überhaupt kontrovers zu sein. Überhaupt sich da hinzustellen mit bestimmten Positionen. Man bekommt auch sehr viel Anerkennung dafür, wenn man das dann doch mal macht und sich halt diesem Gefleische dann ausliefert. Also das erleben wir ja auch oft, dass wir dann halt das gesagt bekommen, boah, krass, dass ihr euch jetzt dazu äußert, dass ihr was dazu macht. Und das ist für mich auch so eine Andeutung von, hier läuft auch generell in dem Diskursverhalten und wie solche Themen behandelt werden, echt was schief. Weil wie soll man so denn in so einer Atmosphäre von Schweigen und auch vielleicht Ängsten und dann sehr eigenartigen Diskussionen um das Thema da zu einer vernünftigen Position gelangen? Das ist ja fast unmöglich. Ich kann irgendwo natürlich auch verstehen, wie Leute zu diesem beschämten Schweigen kommen. Da kann man ja wirklich an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Das ist natürlich auch ein verständlicher Grund, warum viele Leute dann sagen, also aus der Shitshow halte ich mich jetzt mal raus. So, warum soll ich mich jetzt auch noch mit Scheiße bekleckern, wenn das der einzige Lohn ist, den ich am Ende des Tages dafür erhalte? Aber ich glaube, es gibt auch noch andere Gründe. Wie wir am Anfang angesprochen haben, die Positionen von jetzt iranischen Genossinnen oder kurdischen Genossinnen zu dem Thema lassen sich natürlich auch nicht einfach so übertragen, vor allem auch in ihrer Bildersprache, die verwendet wird für die Situation hier. Das werden wir ja auch jetzt im Fortschreiten mit den anderen Sachen merken, dass es natürlich so ist, dass die deutsche Gesellschaft, der deutsche Staat mit dem Islam anders umgeht, als das jetzt im Iran oder in den verschiedenen Teilen Kurdistans und den aktuell dort herrschenden Staaten so ausschaut. Natürlich brauchen wir eine andere Analyse davon hier. Und es mag alles auch sehr, sehr widersprüchlich auf den ersten Blick wirken. Wenn wir auf der einen Seite damit konfrontiert sind, dass wir extrem reaktionäre Moscheeverbände haben, die einen unfassbar großen Stellenwert in ihren jeweiligen Communities haben, großen Einfluss haben, noch volle Gotteshäuser haben, teilweise gute Finanzmittel von außen bekommen jetzt, vor allem, wenn wir über türkische Moscheeverbände sprechen, und gleichzeitig einem immer wieder in Wellen rassistischer werdenden und auch reaktionärer werdenden deutschen Staat, der, wenn er mal einen schlechten Tag hat, Gesetzgebung erlässt, die dann auf einmal ein Kopftuchverbot bedeuten könnten oder einen sehr starken Einschnitt für muslimische Frauen in der Öffentlichkeit gleichzeitig werktätig zu sein oder bestimmte Berufe auszuführen und das Kopftuch zu tragen und auch ein gesellschaftlicher Diskurs, der immer schärfer um das Thema Islam wird und Muslime eben als das Übel in diesem Staat schlechthin darstellt. Und natürlich, das sind widersprüchliche Sachen. Und auf den ersten Blick ist es dann sehr einfach zu sagen, wenn da jetzt so viel auf dieses Thema einwirkt, also das ist mir wirklich zu komplex. Aber da muss man doch sagen, das ist doch mit so vielen anderen Themen auch, die wir jetzt betrachten. Das ist doch genau das Gleiche, was wir jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg haben. Ja, das ist eine unfassbar komplexe und schwierige Situation und das ist es auch mit dem Nahostkonflikt. Aber da müssen wir uns doch zu verhalten, da müssen wir eine Position zu gewinnen. Und ich finde, wenn man dann mal wirklich richtig gute Analysen zu dem Thema liest und dann daraus auch eine Strategie ableiten kann, dann merkt man, wie befreiend das sein kann und wie das auch bedeutet, dass man endlich mal einen Abschluss mit diesem Thema findet. Weil diese ganzen Leute, die sich in diesem beschämten Schweigen wiederfinden, und das kenne ich ja auch, dass ich eine ganze Zeit lang das gemacht habe, im Hintergrund immer wieder, wenn man damit konfrontiert wird, rattert es. Aber man kommt dann immer nur zu einem, oh nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, das ist schwierig. Aber es belastet die Leute die ganze Zeit und es belastet auch die ganzen Gruppen, die damit konfrontiert sind. Weil diese Rädchen, die malen immer weiter und man denkt immer weiter darüber nach und dann kommt man doch wieder bei einem Plenum oder bei einer Besprechung von einem Text an einen Punkt, wo man eigentlich meint, boah, jetzt müssten wir eigentlich mal was rausarbeiten, aber es funktioniert wieder nicht. Und es führt einfach nur zu einer Verschwendung von geistigen und materiellen Ressourcen von politischen Organisationen. Und das ist genau das, was wir nicht wollen und das ist auch genau das, was wir uns eigentlich nicht erlauben können mit den begrenzten Ressourcen, die wir als Menschen haben und die wir als Organisationen haben. Ja, und das führt dann natürlich zu einer fehlenden materialistischen Analyse von Religion generell und auch diesem nicht vorhandenen Verständnis vom Islam in Deutschland. Und das ist wiederum ein sehr großer Grund für das beschämte Schweigen. Weil wenn ich keine Position entwickeln kann auf Grundlage von unterschiedlicher Gründe, die wir jetzt auch schon genannt haben, dann kann ich natürlich auch nichts dazu sagen oder nur was sehr Unausgegorenes dazu sagen oder etwas, was ich mir für mich selber so ein bisschen und vielleicht in meiner WG noch, wo das dann noch geht, irgendwie erarbeite. Und das führt natürlich auch dazu, dass ein Großteil der Organisation und der Leute keine eigene Position dazu haben, keine eigene Analyse dazu haben und dann auch faktisch nichts sagen können oder sehr wenig sagen können. Ich meine, da kann man ja auch nochmal kurz einhaken und sagen, natürlich, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung vom Thema hat, dann kann man auch die Klappe halten und einfach mal offen sagen, ja, habe ich mich jetzt noch nicht so stark mit beschäftigt, ist meistens auch besser. Ich meine, ich erwische mich auch sehr häufig, gerade im Kontext natürlich von so einem Projekt wie dem unseren, und wo man ständig zu allem gefragt wird, was ist deine Meinung dazu, dass man das einfach mal macht. Und ich glaube, das ist menschlich und vielleicht jetzt auch aus dem Eigeninteresse, würde ich sagen, da kann man auch mal kleine Fehler verzeihen. Aber ich glaube, wir sollten auch diesen Anspruch einfach dann wieder formulieren, wenn wir damit die ganze Zeit konfrontiert sind. Und das ist ja jetzt wirklich kein Thema, was irrelevant ist. Das haben wir auch schon in der ersten Folge gesagt. Es ist nun mal ein Thema, was gerade in diesen Vierteln, die wir immer als linke Viertel, als Antifa-Viertel bezeichnen, ein Riesenthema. Dann kann man sich auch einfach mal einen Nachmittag hinsetzen und anstatt den 20. Text über was weiß ich zu lesen, mit der immer gleichen Broschürengruppe einfach mal sagen, wir setzen uns jetzt mal hin und gucken uns mal genau an, was ist denn das eigentlich, Thema Islam in Deutschland. Ja, ein weiterer Aspekt, um daran herum zu navigieren, um diese konkreten Punkte dann auch zu nennen, die mit dem Islam zu tun haben, ist, andere Begriffe zu verwenden, das allgemein zu formulieren, einfach von Sexismus, von Patriarchat, von allgemeiner Queerfeindlichkeit, Antisemitismus und so weiter zu sprechen, anstatt dann auch mal konkret zu benennen und konkret auszuformulieren, wie denn dann auch zum Beispiel Antisemitismus im Kontext des Islams in Deutschland entsteht, wie er sich äußert, was das konkret bedeutet für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Da gibt es ja gar keine konkrete Benennung davon, aber wenn du halt in den jüdischen Gemeinden fragst, nur um dieses eine Beispiel jetzt mal herauszunehmen, oder auch in den migrantischen Queeren-Communities fragst, dann werden die dir sagen, das haben wir auch, glaube ich, schon in der ersten Folge gesagt, ja, ich gehe nicht nach Neukölln, ich gehe nicht in die Nordstadt, ich werde das und das nicht machen. Wenn ich da mit meiner Kippa rumlaufe, wenn ich da offen als Homosexueller rumlaufe, dann werde ich halt angegriffen, dann werde ich halt vielleicht umgebracht. So, das ist ja konkrete, spezifische Probleme, die halt offensichtlich ja mit Islamismus in dem Fall dann zu tun haben müssen. Hier wird also auch herumnavigiert um dieses Thema. Hier wird dann einfach so allgemein das zusammengefasst und nicht konkret benannt, dass es natürlich auch diesen Zusammenhang mit reaktionären Ausprägungen im Islam gibt und da wird dann einfach nur allgemeinert und letztendlich kann man dadurch natürlich auch keine richtige substanzielle Kritik, auch an Patriarchat, an Queerfeindlichkeit, an Antisemitismus gewinnen und auch nicht differenzieren, weil natürlich ist es offensichtlich nicht so, wie dann in dem Fall dann die Rechte sagt, ja, das wurde alles exportiert nach Deutschland von diesen islamistischen Leuten, von den Migranten, bla bla bla. Ja, das können wir doch nur vernünftig abwehren, wenn wir dann auch sagen können, nein, es ist nicht so. Natürlich haben wir hier auch grassierenden Antisemitismus und Sexismus und so weiter und so fort. Aber die Realität ist ja trotzdem da, dass die reaktionären Ausprägungen in den migrantischen Communities natürlich genauso da sind wie in der deutschen. Mehr als Gesellschaft. Ja, und vor allem, wie entmächtigend ist das auch für einen selber und wie sehr geben wir eigentlich eine Grundposition damit auf, auch wenn wir jetzt hier den Islam in Deutschland nicht als ein historisches Phänomen wahrnehmen, sondern wenn wir über diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier gerade konkret angesprochen haben, nur darüber sprechen, als wären das einfach so allgemeine Phänomene der Welt, die halt in allen so ein bisschen rumwabern und durch uns wirken und dann handeln wir nun reaktionär. Das ist dann wirklich nur, ja, so eine gablose Maske für diese ewigen Probleme in der Gesellschaft. Natürlich darf man bei diesem ganzen Blick darauf nicht jetzt dann dahin übergehen, das werden wir auch in unserem dritten Beispiel von den Positionen der Linken noch mal genauer sehen, nur einen Blick dann eben noch auf den Islam zu finden und sich dann darauf zu versteifen. Aber nur wenn wir das wirklich als dieses historische Phänomen wahrnehmen, wenn wir uns das genau anschauen, dann sieht man auch, dass sich das wandern kann, dann sieht man, dass das halt aus den Zuständen, aus den jeweiligen Produktionsweisen der Gesellschaften, wie diese aufgebaut waren, überhaupt in der Form, wie es jetzt ist, entstanden ist. Und dann kann man sich auch genau anschauen, was da alles für Akteure mit dran werkeln und wo man auch einen Anknüpfungspunkt von der eigenen Politik hat. Weil sonst ist im Endeffekt dann auch wieder das Einzige, wie man sich dazu verhalten kann, ein allgemeines, ja, machen wir jetzt halt mal was gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit und gehen einfach mit den gleichen Dingen dran, wie wir das auch in der linken Szene machen. Und das ist ja schon was, was nicht funktioniert, wenn diese ganzen Sachen von wir machen halt das, was wir jetzt in der linken Szene gemacht haben und sprechen die Sprache, die wir sprechen, dann versucht einfach auf die deutsche, bürgerliche und proletarische Gesellschaft anzuwenden. Schon das funktioniert ja nicht. Und wenn dann die gleiche Gruppe von, naja, zumeist schon weißen, deutschen, linken, dann auch das versucht, einfach dann in ihrem migrantischen Viertel auch da an jeweiligen Communities anzuwenden und auch überhaupt nicht die Sprache ein bisschen anzupassen, dann funktioniert das nun mal nicht. Und genau deswegen brauchen wir eben diese Analyse davon als ein historisches Phänomen und einen genauen Blick darauf, was haben wir da eigentlich vor uns. Ja, der zweite Punkt, den wir uns zu Gemüte führen wollen, ist der antikoloniale Blick. Da würde ich sagen, wird es etwas differenzierter. Während man bei der ersten Sache sehr deutlich sagen kann, das ist einfach eine grundsätzlich sehr falsche Herangehensweise an dieses Thema, ist beim antikolonialen Blick das etwas aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, weil auf der einen Seite ist es ja richtig, du hast gerade auch schon mal die Vokabel Antimuslimus für Rassismus in den Raum geworfen. Es ist sehr wichtig, natürlich sich anzuschauen, wie wirkt die deutsche Mehrheitsgesellschaft, wie guckt sie auf den Islam in Deutschland, so wie wir das auch getan haben in unserer ersten Folge. Wie spielt hier die Kritik am Islam und Rassismus zusammen? Was ist da auch das historische Verhältnis von nur mal dem Gebiet, in dem wir zufällig in diese Welt geboren wurden und der Auseinandersetzung mit dem Islam und den kolonialen Unterdrückungsformen? Das ist alles wichtig und richtig und von daher ist das nicht nur kritisch zu sehen, sondern es ist auch richtig. Aber es bleibt halt häufig dabei stehen, aber es wird halt auch oft übersteuert. Es wird insofern übersteuert, als dass dann sich sehr schwer getan wird, zum Beispiel den Islam zu kritisieren, weil man ja nicht als Weißer jetzt sich dazu verhalten soll, weil man ja als Weißer sich das gar nicht erlauben kann und das dann direkt eine Anmutung von Rassismus also hat, wenn man jetzt zum Beispiel den Islam kritisiert oder entsprechende reaktionäre Ausprägungen in migrantischen Communities, wenn man darüber spricht, da wird es dann wieder vollkommen absurd. So, da wird es dann halt auch extrem gefährlich und dann nimmt das Ganze wieder so eine liberale Dynamik halt an, wo wir nicht mehr für uns selbst sprechen können, wo wir nicht mehr eine eigene Position entwickeln können, auch als, ja, dann mehrheitlich weiße, radikale Linke und dann halt eben das Thema der Betroffenheit, wenn jetzt halt dann einfach an die erste Stelle stehen, die alle anderen Punkte einfach beiseite fegt und besiegt. Ich finde, das ist auch was, wo wir, wie bei so vielen anderen von diesen kontroversen Themen auch, eigentlich mal wieder dazu übergehen sollten, uns nicht nur anzugucken, wie wird darüber gesprochen. Das ist wichtig und das ist wichtig, auch bei diesen ganzen Sachen Muster zu erkennen und auch anzumerken, das reiht sich in einen gesellschaftlichen Trend auf und von wem könnte das jetzt aufgegriffen werden, wie wirkt das in der breiten Gesellschaft. Aber ich finde, wir sollten auch wieder mehr darauf schauen, was ist es denn, was für eine Handlungsaufforderung die Person dann am Ende daraus ableitet? Was fordert die Gruppe denn aus dieser Analyse heraus, aus dieser Betrachtung heraus, aus diesem Sprechen darüber? Und das geht dann ganz häufig unter und dann wird einfach nur darauf geschaut, der Diskurs, der hier von der politischen Gruppe geführt wird, ähnelt ja gar nicht mal so dem Diskurs, den ich irgendwo in einer konservativen Betrachtung davon gesehen habe. Wenn das dann einfach nur was darauf schauen ist, dann vergessen wir und sehen nicht, was die tatsächliche Positionierung von den Leuten dann zu dem Thema ist. Und eine andere Sache, die ich auch bei dieser antikolonialen Betrachtung sehr wichtig finde, ist ja erstmal ein sehr positiver Punkt. Nämlich diese tatsächlich historische Erklärung vom modernen Islam. Dass man sich anguckt, dass nun mal dieses Phänomen, vor allem auch das, was man jetzt unter dem Begriff Islamismus fasst, auch sehr stark einfach dadurch entstanden, gewachsen ist, teilweise unterstützt wurde in einer Kollision, in einer Auseinandersetzung mit dem westlichen Imperialismus. Und natürlich davor gepackt auch mit der Zeit des Kolonialismus und dem westlichen Angriff auf diese ganzen Staaten. Da könnte man jetzt primär eben an diese modernen Phänomene Kalter Krieg denken, aber schon weiter vorgegriffen. Und das ist natürlich total wichtig für diese Entwicklung. Und das kann auch, und das wird ja auch teilweise von diesen Leuten tatsächlich dann als ein Argument für eine Kritik an diesen modernen Formen des Islams in so einem antikolonialen Widerstand genutzt. Und das, wie gesagt, das kann sehr mächtig sein und das ist auch einfach analytisch richtig und wichtig für die strategische Positionierung dann vor Ort. Nur teilweise ist es so, dass mit diesem Schrecken des Kolonialismus, mit diesem Schrecken des Angriffs des westlichen Imperialismus auf diese ganzen Gesellschaften, das dann teilweise einfach nur ist eine Kritik von diesen modernen Anteilen, die dann aus dem kolonialen Zugriff, auf dem imperialistischen Zugriff auf diese Religion entstanden sind, passiert und dass die ganzen anderen Sachen dann eben nicht mehr so kritisch betrachtet werden. Dass diese ganzen Sachen dann nur negativ dadurch gebranntmarkt werden, das ist ja durch den Westen passiert. Das ist ja durch diesen imperialistischen Zugriff passiert. Das hat den Anteil daran. Die Briten haben das und das Gesetz vor Ort eingeführt. Wie gesagt, das ist alles wichtig und richtig, aber wenn man da dann stehen bleibt und einfach nur das, was als von außen imperialistisch verändert, dann kritisiert und wahrnimmt, dann versperrt man sich ganz vielen Anteilen wichtiger Kritik. Und im schlimmsten Fall kommt man dann ja bei einer Position raus, wo man dann entsprechend in sehr reaktionären Ländern und Befreiungsbewegungen, die dann im Kampf gegen imperialistische Mächte sind, die sogar positiv münzt oder denen sogar Zugeständnisse macht, obwohl das genauso unsere erbittertsten Feinde wie der Imperialismus selbst sind. Da kann man ja sehr gut auch, um mal in die Richtung auch auszuteilen, in so autoritär-kommunistische, in so autoritär-sozialistische Tendenzen schauen, die dann einfach eine, ja oftmals natürlich sehr verkürzte Analyse vom Imperialismus haben. Ja, nur die USA sind der Hauptfeind und alles, was bis auf der Welt passiert, ist in den USA anzudichten, wenn dann also irgendeine Kraft wie zum Beispiel der Iran oder auch sogar der IS oder so, dann entsprechend gegen die USA kämpft, denn es ist also eine große anti-imperialistische Tat, die man in der Tendenz unterstützen muss oder die man zumindest als, ja, ist ja okay, wenn die zumindest gegen Imperialismus kämpfen wahrnimmt und solche Positionen gibt es ja wirklich und auch in den, ja schon verwirrten Kreisen von diesem autoritär-sozialistischen Milieu dann nicht zu knapp. Das sind ja keine Randpositionen, die DKP als Beispiel ist eine sehr große im Verhältnis auch zu den anderen Kräften, ich glaube sogar immer noch die größte kommunistische Partei Deutschlands und die hat eine sehr offensive Position, Hände weg vom Iran und so weiter vertreten, sie tut das natürlich aus einer Perspektive auch heraus, klar sind wir nicht dafür, dass jetzt die USA in den Iran einmarschiert oder irgendeine Scheiße, aber eben aus einer Verharmlosung des Iran aus einer Perspektive, wo eben der Anti-Imperialismus dann über alles andere an dieser Stelle gestellt wird und so einfach ist es nun mal nicht und da müssen wir genauer hingucken, das genauer analysieren und kritisieren und da besteht also auch diese Gefahr. Absolut, davon würde ich auch noch überleiten zu einem letzten Punkt, den ich sehr wichtig bei dem antikolonialen Blick finde und das sind die Betrachtung von kulturellen Praktiken innerhalb von den Communities dann und da auch dann eben der Blick auf den Islam. Natürlich ist es so, dass erstmal ein sehr wichtiger Punkt von so einer antikolonialen Betrachtung gemacht wird, indem man sagt, diese Wiederaneignung von Kollektivität in den jeweiligen Staaten, das Wiederaneignen von verdrängten kulturellen Praktiken oder auch von immer noch aktiv unterdrückten kulturellen Praktiken kann was sehr Ermächtigendes sein und kann wieder dazu führen, dass solche Communities zusammenwachsen, dass man auch wieder neue Stärke gewinnt in einem revolutionären Kampf, in einem antikolonialen Kampf und auch generell, dass es einfach eine absolute Zumutung und Widerlichkeit ist, was bis heute noch an rassistischen Gesetzgebungen in solchen Staaten weiterwirkt und auch in der kollektiven Psyche, in der gesellschaftlichen Psyche dann weiterwirkt von den Gesellschaften. Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass wenn keine klare Formulierung passiert von einem revolutionären Weg, was für eine Gesellschaft wollen wir, wie wollen wir dahin, wie sollte so eine Übergangsgesellschaft beschaffen sein, dass in manchen Teilen von eben Bewegungen, die so einen antikolonialen Blick auf den Islam formulieren, man dann auch einfach eine Verklärung von kulturellen Praktiken findet. Dass man dann diese Stärkung dieser Gesellschaften vor Ort am Ende des Tages über alles stellt. Dass man dann auf einmal sagt, naja, eigentlich total reaktionäre Praktiken, Abgrenzung von Sachen, die als von außen wahrgenommen werden, allem dem großen nationalen Befreiungskampf der nationalen Wiedergeburt, dieser Stärkung des Kollektivs gegenüber so imperialistischen Zugriffen von außen im Wege steht. Und da kommt man dann wirklich in am Ende des Tages so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wo man dann einfach sagt, dieser nationale Befreiungskampf, der steht jetzt über allem. Dieser Kampf gegen den Imperialismus von außen steht über allem und die ganzen Störfaktoren müssen halt auf dem Weg beseitigt werden. Und das ist ja wirklich was, wo wir auch aus einem anarchistischen Blick darauf sagen würden, nein, die Freiheit von allen kann auf diesem Weg auch in den Übergangsgesellschaften zusammengedacht werden mit diesem jetzt größten Teufel, der in der Situation dann vor der Tür steht. Und die muss zusammengedacht werden, weil wir immer denken, dass das Ziel dann eigentlich schon auf dem Weg in den Mitteln, wie wir dieses erreichen, enthalten sein muss. Weil sonst treten wir wieder eigentlich in die ganzen gleichen Flächen fallen, die schon so viele andere Gesellschaftsentwürfe auf ihrem Weg betreten haben. Und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, wenn man sich dann die konkreten Befreiungskämpfe anguckt, wenn wir jetzt nur mal nach Syrien schauen, das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, um das auch zu sehen, wo wir am Anfang mit dem arabischen Frühling eine Revolution hatten, die zumindest sehr stark demokratisch orientiert war, wo die demokratischen Kräfte, klar, da kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren, die haben sich dann einfach nach den westlichen Demokratien orientiert, wollten einfach nur einen parlamentarischen Kapitalismus, was weiß ich, alles schön und gut, aber das ist ja trotzdem schon mal dann ein Fortschritt im Vergleich zu den Diktaturen, die es dort vor Ort dann eben gab, wo dann über Jahrzehnte halt ein Typ an der Spitze saß und das halt für seine eigene Familie halt verwaltet hat, dieses ganze Land. Im Verlauf dieser Konfrontation, dieser militärischen Konfrontation, der dann irgendwann alles untergeordnet wird, auch natürlich, haben reaktionäre Kräfte, haben islamistische Kräfte, ist ja faktisch geschafft, die ganzen demokratischen am Anfang viel, viel, viel stärkeren Kräfte zu verdrängen. Der Widerstand gegen Assad ist ja mehrheitlich mittlerweile islamistisch und das ist ja ein konkreter Ausdruck davon, dass in diesem Befreiungskampf, in dieser konkreten militärischen Auseinandersetzung einfach reaktionäre Kräfte es viel, viel einfacher haben, sich da durchzusetzen. Und das ist ja nicht nur was, was jetzt auf den Islamismus, sondern allgemein auf jede menschliche Konfliktsituation gemünzt ist. Das muss uns einfach bewusst sein. Und das führt uns auch, finde ich, sehr gut zu unserem dritten Punkt, die antideutsche Unvernunft, die ja in weiten Teilen eine Position vertritt, welche dann sagt, gut, wir müssen da von außen diesen rückständigen Wüstenkulten irgendwie die Befreiung bringen. Wir müssen diesen Islamismus von außen hinwegfegen und immer noch besser die USA als dann, was auch immer für ein islamistisches Regime dort vor Ort ist. Und das ist ja eine noch viel schlimmere Losung an der Stelle, weil natürlich offensichtlich ist, und das hat ja auch die Geschichte gezeigt in den diversen Auseinandersetzungen, wie die USA das her probiert hat, ihre Demokratie dort zu implementieren, dass das selbst, wenn man das als eine gute Idee verkaufen möchte, dass es auch überhaupt nicht funktional ist, überhaupt nicht funktioniert und am Ende wiederum nur die reaktionärsten Teile der Gesellschaft dort vor Ort stärkt und schafft. Aber, 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 mein Lieber, was ist denn mit Deutschland? Muss sterben! Naja, ich meine, wir hatten ja eine effektive Zerstörung des deutschen Staatswesens von den USA und noch ein paar anderen Alliierten, aber den USA und dann einen Neuaufbau in eine demokratische Zukunft. Ist das nicht ein Modell, was man eigentlich überall darauf anwenden kann? Wir brauchen einfach nur die Speerspitze der Zivilisation, den Präsidenten, in dem der Weltgeist wirkt, in dem wirklich die Spitze der menschlichen Zivilisation dann durch ihn wirkt, die dann alles komplett kaputtbomben und dann heben auf diesem blanken Papier zivilisierte Gesellschaften zeichnen. Funktioniert das nicht? Ich meine, wir haben doch hier Deutschland als Beispiel. Also, wenn man sich jetzt alle, all das anguckt, was in irgendeiner Form, in einer wahlweise dann kolonialistischen oder wie jetzt dann in den Interventionen in der arabischen Welt einfach die Zivilisation bringenden, eine Kriegshandlung, das sich ansieht, dann ist natürlich Deutschland das beste Beispiel, dass es etwas besser laufen kann als sonst. Ich meine, aber wenn man sich halt alles andere anguckt, ich meine, klar, in Deutschland kann man vielleicht sagen, das hat dann sozusagen in teilweise funktioniert. Also, ich gucke mich gerade um, sieht ganz okay aus. Hat nur 45 Jahre und zwei Staaten gebraucht. Aber natürlich ist es, ist es auch das ja völlig absurd. Ja, natürlich. Also, nur damit ihr uns nicht falsch versteht, wir haben jetzt hier nicht nochmal kurz die Seiten gewechselt. Natürlich ist das, was dann im Endeffekt tatsächlich als letzte Instanz von antideutschen Ideologen dann dort gefordert wird, kein Szenario, was in irgendeiner Art und Weise erstens vertretbar ist und zweitens auch wünschenswert ist. Weil, wie du schon gesagt hast, das funktioniert halt nicht. Und ich weiß auch gar nicht, was daran funktionieren soll. Also, es ist ja nicht mal, dass man sagen kann, ja, ähm, gute Idee auf dem Papier, leider echt schwer umzusetzen, so, ähm, wie manche Antideutsche jetzt sagen würden, mit dem Kommunismus. Das fasst es eigentlich gut zusammen. Ja, also jeder klar denkende Mensch, der nicht vollkommen resigniert ist in seiner sozialistischen oder linken Haltung, wird das einfach sehen, dass es in keinen Fall eine gute Idee ist, irgendwie die Demokratie herbeizubomben. Ja, aber vielleicht drehen wir noch einmal kurz die Zeit zurück und gucken uns das jetzt mal genauer an, was es eigentlich mit einer antideutschen Positionierung zum Islam so auf sich hat. Weil, das kann man ja sagen, das ist was, was ich auch schon in unserer, ich glaube, das war damals Folge 17 zu Antideutschen Linken und auch in der Folge jetzt vor zur Islamdebatte gesagt habe, es gibt etliche Leute und mich eingeschlossen, die auch angefangen haben, so antideutsche Publikationen zu lesen, weil sie es spannend fanden, dass es eine Auseinandersetzung mit dem Thema Islam, Islamismus aus einer, ich mache jetzt mal ganz große Anführungszeichen, die ihr nicht seht, materialistischen Perspektive gibt. Und das war schon erst mal wow, okay, spannend, habe ich sonst wenig zu gelesen. Also, ich würde auch sagen, dass es da mit großen Abstrichen und je nach Publikation unterschiedlich immer auch mal wieder noch für diese allgemeine Linke spannende Momente in der Betrachtung des Islam gibt, aber der allergrößte Anteil und vor allem das, was am Ende aus diesen Analysen abgeleitet und gefordert wird, absolut scheußlich ist und im Endeffekt ganz stark in das reinpasst, was wir auch gerade eben als diesen rassistischen, kolonialen Blick von außen auf den Islam in dieser antikolonialen Betrachtung beschrieben haben. Das führt uns ja auch genau zu dem Punkt, den du vorhin schon immer gesagt hast. Wenn wir diese Lücken nicht ausfüllen, wenn wir uns nicht dazu verhalten, als, sag ich mal, fortschrittliche Linke, als anti-autoritäre Linke, dann werden andere Kräfte, meistens sind es die Rechten oder andere Reaktionären, diese Diskursluke füllen. Und innerhalb der Linken hat das ganz klar die antideutsche Linke gemacht. Die antideutsche Linke hat exakt diese Diskursluke gefüllt. Und das ist ein, finde ich, ganz, ganz zentrales Moment davon, dass wir überhaupt noch diese antideutsche Strömung in der Form so haben. Weil die hat sich halt eigentlich so auf so vielen unterschiedlichen Ebenen selbst gekillt und delegitimiert. Aber über diesen Punkt Islam konnte sie sich über ganz viele Jahre halt noch weiter legitimieren und weiter aufrechterhalten. Weil dann die Leute gesagt haben, ja gut, ist schon alles irgendwie schwierig und alles problematisch. Aber beim Islam, da gibt es doch einige Spannende zu holen. So als hätten die darauf gepachtet, eine vernünftige Kritik-Analyse zu entwickeln. Und leider ist es ja dann teilweise auch so gewesen, weil alle anderen so wenig oder nichts gemacht haben. Inklusive uns als anarchistischen Bewegung natürlich. Ich meine, da muss man ja auch sagen, das ist meiner Meinung nach auch eine historisch-logische Entwicklung von eben der antideutschen Linken, warum gerade es da diesen Blick darauf gibt. Man hat ja eigentlich von Anfang an diese Bezugnahme auf sich selber gehabt, als wir haben hier keine Scheuklappen so von sonstigen reaktionären Einflüssen. Das mag jetzt eigentlich lächerlich klingen, aber das ist ja wirklich auch diese Selbstsicht, die man darauf hatte. Früher dann eben hier die ganzen anderen Linken sind noch total deutsche Linke, die haben immer noch diesen nationalen Standortblick, sind noch durch und durch eigentlich antisemitisch und rassistisch und gucken auf alles so da drauf. Aber wir können jetzt wirklich hier den Finger in die Wunde legen und genau das hat man dann eigentlich in der Fortentwicklung dann später auch einfach beim Thema Islam gemacht. Ihr alle, ihr bezieht euch doch einfach nur total reaktionär auf diese rückständigen Volkskollektive und hier diesen rückständigen Wüstenkult und wir, wir legen jetzt hier diesen Finger in die Wunde, posten noch eine Mohammed-Karikatur mit einer Bombe auf den Kopf, solidarisieren uns mit Charlie Hebdo und fordern NATO-Einmarsch in die Türkei. Tja, da guckt er, ne? Und es passt ja auch einfach in die inhaltliche Ausrichtung von dem Ganzen. Wenn man schon die ganze Zeit einen Positivbezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika und den israelischen Staat hat und daraus natürlich abgeleitet, auch eine totale liberale Betrachtung der Staatenwelt, also hier Konkurrenz der Staaten, ja, wissen wir schon, existiert irgendwie, aber eigentlich geht es ja primär darum, den Schutzraum der Schor-Überlebenden zu schützen und die Zivilisationen weltweit voranzubringen, dass dann irgendwie auch mal ein bisschen was hier mit Staatenkonkurrenz dann verloren geht, na, ist halt so. Und wenn man so einen Blick schon auf die Welt hat, dann ist es ja logisch, dass man irgendwann dann auch an dem Punkt ankommt, tja, wie verhält man sich dann zu dem Islam? Mit irgendwie einer revolutionären Bewegung, mit Kämpfen innerhalb von der Community, unterstützt von außen, mit Nachbarschaftsarbeit, mit Analysen und Aufklärung, die tatsächlich den Massen zugänglich ist? Wie wäre es mit Bomben? Was ich finde, aber noch dazu zu sagen ist, ist das, das war nie gut umgesetzt, das war nie, nie wirklich so, dass man gesagt hat, ja, boah, echt eigentlich eine coole Aktion, aber sie haben als einer der wenigen deutschen Linken überhaupt dazu agiert. Also nicht nur in Text und Schrift, sondern sie haben tatsächlich Aktionen gemacht. Zum Beispiel zu DDIP oder zu der Kampagne Lease. Da gab es ja eine relativ große, ich weiß nicht, ob euch diese Lease-Kampagne etwas sagt, das war so eine islamistische Koran- Verteilungsaktion, die es mittlerweile übrigens wiedergibt. Also diese ursprüngliche Kampagne Lease wurde auch glaube ich mittlerweile verboten, weil extrem viele Leute, die daran beteiligt waren, dann zum IS ausgewandert sind und dort hoffentlich auch gestorben sind. Und jetzt gibt es mittlerweile wieder eine Fortführungskampagne. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißt. Ist ja auch relativ egal. Auf jeden Fall, die verteilen halt Koran in der Innenstadt, in diversen Städten und dort haben also antideutsche Gruppen auch Aktionen gegengemacht. Während halt wirklich man halt mit jeder linken Demonstration, die ich erlebt habe, auch mit themenverwandten Demonstrationen einfach an sowas vorbeimarschiert. Ja, wenn man irgendwie durch die Innenstadt läuft und dann verteilen halt da diese Islamisten ihre Propaganda, haben diese Leute halt ja tatsächlich Aktionen dagegen gemacht. Das war dann halt sehr gruselig oft, wie sie das halt inhaltlich verpackt haben. Aber das muss man ihnen ja auch trotzdem lassen, dass sie überhaupt halt auch so sich das trauen und halt diese Konfrontationen da auch führen. Und das finde ich, das müssen wir auch tun. Es muss zumindestens mal drin sein, dass wenn man dann mit einer, gerade einer Aktion irgendwie zum Thema Kurdistan oder was weiß ich, dann mal an sowas vorbeiläuft, dass man ihnen zumindest mal einen Spruch drückt oder was auch immer, mal eine Feindschaft denen mal offenbart und sich das einfach ignoriert oder so denkt, hör, was ist das denn, weil man es gar nicht weiß. Ja, oder wenigstens überhaupt erst mal das ganze Thema betrachtet und dann eben Aufklärung darüber leistet. Und das war ja auch in dieser Lease-Kampagne damals gewesen. Das war ja die, wurde ja glaube ich aufgegriffen mit No More Lies von der Antideutschen Aktion Berlin und noch ein paar anderen Gruppen. Was nebenbei wirklich auch eine lustige, wie heißt es? Ein Wortspiel. Was nebenbei auch ein lustiges Wortspiel ist, ja. Ja, absolut. Aber da sehen wir ja auch schon, wo man dann auch an die Grenzen davon kommt. Das war dann hier und da auch alles schön und gut, was dann an Analysen geliefert wurde. Wie gesagt, da waren auch immer mal wieder spannende Momente drin oder auch einfach richtige Betrachtung davon. Nur, wenn das dann so umgesetzt ist, dass am Ende des Tages staatliche Interventionen soweit lokal als auch auf der Weltbühne gefordert wird und die zehn Hampelmänner dann einfach mit USA und Israel fahren, dann davorstehen und dann noch einen Banner irgendwie gegen Volk und Oma, dann zeigt das natürlich, dass das so nicht funktionieren kann. Und das ist halt so schade, weil ich glaube, es gibt so viele gute Leute, die eigentlich Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Thema haben und hatten, die da dann eben dran verloren gehen, weil es nichts anderes gibt. Und vielleicht kann man hier an dem Punkt dann auch nochmal auf diese Trennung dann eingehen, die eben in der antideutschen Bewegung dann auch in der Betrachtung vom Islam passiert ist. Und da würden wir dann einmal kurz zuerst linksantideutsche oder popantideutsche abhandeln, das sind dann im Endeffekt die Antideutschen, die einfach nur, ja, noch so ein bisschen ein paar antideutsche Grundpositionen teilen, aber primär einfach eine bedingungslose Solidarität mit Israel fordern. Und da haben wir auch eigentlich die uninteressanteste Betrachtung vom Islam vor uns, weil die dann eben primär darüber geht, naja, ähm. Was ist mit Israel? Was ist mit Israel und vor allem, was bedeutet das dann hier in Deutschland? Uh, uns fällt irgendwie auf, ganz viel Israel-bezogene Feindschaft, kommt ja aus muslimischen Communities, schwierig. Ja, also das ist wirklich genau wie du sagst, das langweiligste, aber auch immer noch eine extrem verbreitete Position. Das ist, glaube ich, macht sogar den größten Teil von so einer antideutschen Szene dann auch letztendlich aus, das einfach nur allmöglichen Thematiken und dann auch das Thema Islam anhand von Israel zu betrachten. Wie langweilig ist das bitte? So. Und auch dann darauf zu reduzieren, auf diesen Antisemitismus-Punkt. Also es gibt halt so viel zum Islam zu sagen und zu kritisieren und zu sprechen und dann halt immer nur dieser Antisemitismus als einziges Element daraus zu kehren, ist halt einfach ja bodenlos verkürzt und halt auch schwachsinnig. Im Endeffekt sind das ja dann auch die Leute, die Israel-bezogenen Antisemitismus einfach nur als eine weitere Unterdrückungsform in dieser Gesellschaft, eigentlich so in der gleichen Denkweise wie andere identitätsbegeisterte Linke, dann wirken lassen wollen. Dass das einfach genauso anerkannt wird in so einem rein liberalen Diskurs darüber. Naja, aber die andere Seite und das ist ja auch das, was vieles von diesen Beispielen, die wir jetzt angesprochen haben, auch in der Mobilisierung auf der Straße, in den Publikationen am Ende des Tages dann ausmacht. Und das ist diese selbsternannte ideologiekritische und rechtsantideutsche Seite. Finde ich auch immer grandios, sich selber so den Namen zu geben, ideologiekritisch. Ja, und da finden wir dann das, was wir jetzt eigentlich so tatsächlich als diese antideutsche Positionierung charakterisiert haben. Diesen überheblichen imperialistischen Blick auf diese ganzen Gesellschaften, den man dann eigentlich übernommen hat von dieser vorherigen überheblichen Sichtweise auf die allgemeindeutsche Bevölkerung. Nur, während das eigentlich schon massenfeindlich und extrem unappetitlich vor war, ist es jetzt so, dass man natürlich dann wirklich eine astreine koloniale Betrachtung und Sprechweise dann eigentlich von diesen ganzen Gesellschaften hat. Es ist ja dann nicht nur so, dass so darüber gesprochen wird, sondern dass man auch tatsächlich sich dann wirklich als die Speerspitze der Zivilisation darstellt und eigentlich so die Person, in denen dann die ganze Ideologie eigentlich abtrainiert wurde und man hat das schon alles aus dem Körper wie mit so einer Detox-Kur von ganz viel Bahamas und Chaira-Verlag Lesen rausgespült. Und jetzt kann man sich da hinstellen und sagen, so, jetzt gucke ich mir mal diese ganzen Gesellschaftskollektive dieser Welt an und kann die dann nach so einer Tierlist A bis Z bewerten, wie zivilisiert die eigentlich sind. Also mit anderen Worten, die Deutsches sind der Deutschen. Uh, das war doch damals immer so eine Kritik an Antideutschen. Ja, ja. Eigentlich ganz deutsch. Oh Gott, ich bin froh, dass wir darüber hinweg sind. Aber gut, ich denke, es ist deutlich geworden und auch in Ansätzen beschrieben, wie dort antideutsche Positionen sich äußern, wie sie verhandelt werden. Kommen wir vielleicht zum Abschluss noch zu dem anarchistischen Weg und wie der Stand innerhalb des Anarchismus in dieser Debatte ist. Und ich finde das wirklich zum Beginn ganz klar erstmal festzuhalten, es gibt allein schon deswegen keine Positionierung und keine Analyse und kein Verhalten zum Islam, weil es noch nicht mal mehr eine relevante Religionskritik in unserer Bewegung gibt. Das gibt es halt eigentlich primär, da gibt es ein paar Beispiele, das ist ja nicht nur das Thema Religion, aber primär als ein historisches Überbleibsel, was halt auch alle so sehen, also natürlich sind ein Großteil der Genossinnen in der Bewegung Atheisten und Atheistinnen, keine Frage, aber eine reale Praxis dazu, einen realen Output von Texten, von Auseinandersetzungen, von Diskursen, von Aktionen gibt es doch fast gar nicht mehr. Und das, was es dann dazu real gibt an ideologischem, theoretischem Background, ist halt das, was es historisch gibt. Also es gibt historisch eine sehr, sehr, sehr breite atheistische Tradition, auf die wir uns natürlich auch gerne beziehen und gerne berufen und die ist auch super und richtig und wichtig. Aber wo wird das dann bitte weitergeführt? Wo, an welcher Stelle nehmen wir denn dieses große und wichtige Erbe für uns und führen es weiter? Wo? Ja und vor allem, wo wird es konkretisiert? Das ist ja auch mein Problem damit. Ich habe so viele Anarchisten jetzt auf meinem Weg kennengelernt, die allgemein natürlich erstmal eine sympathische Haltung zu Religion hatten, aber wenn es dann einfach nur bei so einer Haltung, bei einem Gefühl, bei einer Meinung bleibt, dann ist das meiner Meinung nach nicht viel. Dann wirkt das manchmal fast eher wie ein Geschmäckle oder einfach nur ein Persönlichkeitsanteil, aber nicht wie eine tatsächliche Position zu Kirchensteuer in Deutschland, zu der Macht von der katholischen, von der evangelischen Kirche, zu der Macht von den DITIB-Moscheeverbänden, zu der Relevanz für Queerfeindlichkeit in islamischen Communities von den ganzen Klein-Moscheeverbänden, zu der genauen Betrachtung, warum es denn jetzt so ist, dass beispielsweise in kurdischen Communities noch feudale Gesellschaftstraditionen hier weitergeführt werden und dann in eine Verbindung gebracht werden mit islamischer Religiosität. Das alles geht dann eigentlich unter ja fast so ein allgemeines Ja, wir sind halt atheistisch. Wir mögen Gott nicht. Religion ist im Endeffekt einfach nur eine kollektive Wahnvorstellung. Das sind alles so Floskeln, da waren wir alle mit 13 schon mal an dem Punkt. Außer jetzt vielleicht die Hörerschaft von euch, die noch eine gute Beziehung zu Gott hat, so kein Hass euch gegenüber, wir lieben euch auch. Aber da muss es doch mal weitergehen. Es kann doch nicht sein, dass wir im Endeffekt 20 Jahre zurückliegen hinter gesellschaftlichen Debatten um Religiosität. Das ist doch alles schon gesagt. Das hatten wir eigentlich schon alles in den 90er Jahren durchexerziert in den westlichen Gesellschaften. Da muss halt mehr kommen. Und das ist das, was ich meinte. Wir brauchen überhaupt in diese detailreicheren Fragen, die du jetzt auch aufgemacht hast, obwohl es ja nicht total detailreich ist, aber erstmal, was du gesagt hast, ist ja so allgemein erstmal zu diesen verschiedenen Punkten. Aber um da überhaupt eine Position entwickeln zu können, brauchen wir ja für uns erstmal eine Grundannahme. Was bedeutet für uns heute anarchistischer Atheismus? Was bedeutet für uns heute materialistische Religionskritik für uns als Bewegung im Allgemeinen und dann angepasst auf die Situationen, die wir vorfinden? Wenn wir das nicht haben, wie sollen wir dann jemals also irgendeine Form von dieser Frage, die du aufgemacht hast, für uns beantworten und daraus gehend dann natürlich auch eine konkrete Praxis und Aktionen und so weiter entwickeln? Das geht dann ja gar nicht. Und das ist eben das, was ich meine. Deswegen wundert mich das auch nichts, dass dazu so gut wie nichts passiert. Klar, es ist schon enttäuschend, dass zumindest nicht mal irgendwelche historischen Texte oder so mal wieder neu rausgegeben werden oder so. Man kann ja, so kann man ja auch mal anfangen, dass man halt auch erstmal das, dass die Tradition, das Erbe wieder aufbereitet oder so als Beginn. Und da möchte ich vielleicht als einzigste für mich wieder sehr positives Beispiel den Alibri-Verlag hervorheben, die ja wirklich auch deutlich darüber hinausgehen und eine sehr, sehr umfangreiche Beschäftigung mit dem Thema Religion und Esoterik und so weiter ermöglichen und auch zum Islam natürlich sehr wichtige Bücher veröffentlicht haben. Also wenn ihr da Interesse habt, euch das zu vertiefen, was so anarchistische Religionskritik angeht, dann auf jeden Fall beim Alibri-Verlag mal reinschauen, weil das ist eigentlich so für mich der einzigste seit auch schon vielen Jahren, Jahrzehnten existierende Hoffnungsschimmer in diesem Bereich, ehrlich gesagt. Und ich finde gerade mit dem Blick auf die Kämpfe, die im Iran stattfinden, haben natürlich auch wir eine internationalistische Verantwortung unseren Brüdern und Schwestern dort gegenüber, die an vorderster Front gegen den Islamismus kämpfen, die hoffentlich endlich diese Diktatur zu Fall bringen. Und da bin ich auch ehrlich gespannt darüber, wie sich das dann auch in dem Diskurs auch langfristig hier in Deutschland niederschlagen wird, was es da für Einflüsse geben wird, wie das das verändern wird. Ich finde, das hat jetzt schon sehr viel Positives bewirkt, sehr viel Positives getan, hat einfach diese sehr liberale Betrachtung vom Islamismus zurückgedrängt so ein bisschen. Und ich hoffe, dass es weiter in diese Richtung geht, aber wir müssen auch unseren Teil dazu beitragen. Da hoffe ich, dass einfach vielleicht auch so zwei Folgen wie diese so eine Anregung sein können, um mehr in diese Richtung auch zu denken. Ja, denn wenn wir dazu nicht sprechen, dann kann es genau auch wie jetzt beim Thema Islam auch wieder einfach in eine andere liberale Betrachtungsweise gehen und es wird sich dann wie im Thema Ukraine einfach nur positiv liberal dann auf die Widerstandsbewegung bezogen und ein revolutionärer Weg dann auch hier nicht eingefordert oder eingeschlagen. Ja, und wie bei der letzten Folge merke ich auch wieder, dass man eigentlich erst nach einer Stunde so richtig nochmal diese ganzen Sachen bekommt und man sich denkt, eigentlich müsste man noch so viel mehr zu dem Thema sagen, weil halt es so wenig Betrachtung gefunden hat. Aber ich denke, wir haben, wie du schon gesagt hast, erstmal jetzt mit den beiden Folgen da einen guten Anhaltspunkt geliefert und ich denke, wir werden auch in der Zukunft sicherlich immer wieder auf dieses Thema stoßen, wenn der Diskurs größer wird. Ja, mehr als Anregung, mehr als Anstoß kann sowas auch erstmal nicht sein. Wir können natürlich auch als Podcast jetzt hier nicht direkt losgelöst von der kollektiven Debatte da einfach sowas Umfängliches bieten und ich glaube, dass so der Anfang auch so ein bisschen gesetzt ist vielleicht. Genau, dass wir uns eben mit der Debatte, wie sie gerade ist, beschäftigen. Ja, und in dem Sinne, lasst uns gerne wissen, was ihr dazu denkt. Schaltet wieder ein beim Livestream und wir hören uns bald wieder bei über Tage. Glück auf. Glück auf. Ey, nicht so schnell weg von hier. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, sie dich zum Nachdenken angeregt hat oder du es einfach nur allgemein schön fandest, mal etwas anarchistischen Content auf Spotify, diversen anderen Plattformen oder YouTube zu hören, dann denkt doch drüber nach, uns zu unterstützen. Abonniert uns, wo ihr selbst zugegen seid. Wir sind eigentlich überall vertreten, egal ob Mastodon, Instagram, diverse Streaming-Plattformen. Ihr werdet uns überall finden, lasst ein Abo da, liked uns und vor allen Dingen verbreitet die Folge weiter und wenn ihr etwas Kleingeld übrig habt, unterstützt uns auch mit einmaligen oder regelmäßigen Spenden über Paypal oder Patreon. Eure Kohlen für Übertrage.